Oida, was geht ab, Leute, ich habe nur mal kurz nachgeschaut, wo das letzte Video war, wo ich das gemacht hatte, und zwar meine wichtigste Entwicklung, bitte, bitte, und heute bitte, 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 dass es funktioniert, denn da hat es nicht funktioniert, habe ich schon Oida, was geht ab, gesagt, Oida, was geht ab, Leute, das ist mir verplant, auf jeden Fall, in dem Video habe ich einen 100er Perlu entwickelt, ich hatte mein erstes 100er Perlu am Perlu Crest Day, habe es bekommen, habe mich gefreut, habe den sogar gemakst, aber das bringt natürlich nicht viel, denn es hat zwei Entwicklungen, Problem, diese zwei Entwicklungen sind random, komplett random, und ich habe da halt zweimal Saganabiss bekommen, heißt der so, ich glaube schon, und brauchen tue ich aber Allagabiss, kann das sein, musst du nur kurz mal schauen, wie die heißen, auf jeden Fall habe ich da einen gehabt, und dann habe ich irgendwann random nochmal einen bekommen, ich weiß gar nicht mehr, was die Quest damals war für Perlu, jetzt ist es verschiedene 10 Geschenke, und die habe ich in letzter Zeit gesammelt, und ich habe noch einen bekommen, offensichtlich, weil sonst würde ich nicht dieses Video hier machen, und den werden wir heute entwickeln, offensichtlich, weil sonst würde ich nicht dieses Video hier machen, so, Alagabiss, ne, Alabiss, okay, von dem habe ich jetzt 200er, ich habe den von Crest Day entwickelt, ist Alabiss geworden, 100% max, dann habe ich den anderen entwickelt, natürlich in der Hoffnung, dass der andere wird, wurde aber nochmal Alabiss, ich habe 200er Alabiss, falls irgendwann mal ein Event kommt, mit dem Bonus irgendwie, alle Tausche behalten ihre Albi, dann habe ich einen Kollegen am Start, der zweimal den anderen, und zwar Saganabiss, dann können wir uns beide den 100er, der zu viel ist, rübertauschen, falls es irgendwann mal ein Event gibt, wo man die Albi behalten kann, darauf können wir natürlich nicht vertrauen, dass sowas verrücktes jemals kommen wird, dementsprechend muss ich heute ein Saganabiss entwickeln, und in dem Video habe ich auch, ich glaube fünf entwickelt, einer davon ist Saganabiss geworden, ja, bitte, 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 ich habe in letzter Zeit oft dieses gemacht, die Quest, denn die ist gar nicht schlecht, mit, warte mal, wo ist das Pluszeichen, mit verschickelt zehn Geschenke, ist okay, kann man machen, da ist er, und momentan gibt es auch Probleme mit dem umbenennen, jetzt ging es einigermaßen, jetzt ging es einfach drauf drücken, aber ich habe oft das Problem, ich drücke drauf und drauf und drauf und geht irgendwie nicht, haben aber mehrere Leute, so, äh ja, gehen wir nicht lange drum, herum um den heißen Brei, entwickeln wir es einfach, ich meine, wenn es nicht wird, dann werde ich einfach weiterjagen, aber wäre natürlich chillig, wer geht natürlich chillig, oh ja, oh mein Gott, ja, wie geil, yes, Nixamax on Monday, danke, das wäre so leidend gewesen, hätte ich dreimal denselben, Alter, das wäre echt leidend gewesen, so, jetzt können wir uns die Familie gerne anschauen, es hat funktioniert, Leute, so, jetzt haben wir beide, kann ich abhaken von der Liste, sehr nice, das war es von mir, Leute, ein kurzes Video, eine der wichtigsten Entwicklungen, Teil 2, das zweite Mal, diesmal funktioniert, zum Glück, hätte natürlich auch wieder schief gehen können, aber diesmal funktioniert, es, es gibt nichts, dass man, womit man das kontrollieren kann, der ist jetzt zufällig weiblich und der ist zufällig männlich gewesen, aber auch weibliche Perlu entwickeln sich zu Alagabiss und auch männliche Perlu entwickeln sich zu Saganabiss, also das Geschlecht hatte jetzt keine Rolle, aber sieht natürlich verdächtig auch so, das war's von mir, Leute, euch viel Spaß, viel Glück, was auch immer ihr momentan macht, falls ihr die auch jagt, dann viel Glück, es gibt auch momentan jetzt, nachdem, keine Quests mehr, die ich jage, Alola, Wolfgang's Quest haben die ja rausgenommen, weil es keine Shiny gibt, was mich nicht gejuckt hat, weil ich habe nur hunderte gejagt, aber jetzt kann ich die halt gar nicht jagen, ansonsten, Alola, Kokowal gibt es auch nicht mehr, das war ja früher verschiedene Geschenke, das haben die, ja, ja, selbst, den gibt es momentan nicht mehr, also, eigentlich nur Ding, Labgast, Rocketstone, das nächste große Ziel, aber egal, mal schauen, wann das passieren wird, das war's von mir, Leute, wir wollen liken, subscribe, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, check den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon is serious business!